Meine lieben Leute, ich wünsche euch ein frohes Halloween und als kleines Halloween-Special werde ich heute Spieler in Roblox-Stores erschrecken. Ich habe Sprachchat aktiviert und es war einfach nur eine Psychose. Ich musste mich danach hinlegen, weil ich wusste ja nicht, wie manche drauf sind. Aber meine lieben Leute, ich hatte natürlich auch mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen und habe dann einfach Leute in der Lobby erschreckt. Und dann später aber auch im Hotel und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der dann leider einfach disconnected ist. Er war mein Freund. All das und mehr seht ihr im Video, Leute. Lasst gerne einen Daumen da, abonniert gerne rein, vielleicht schaffen wir das ja irgendwie noch die 50.000 Abonnenten. Das würde uns riesig freuen, Leute. Und kauft meine Handyhüllen. Jetzt sofort. Alright, Leute, wir sind hier. Ich habe hier oben mein Mikrofon. Ich habe mich stumm geschalten und ich werde mich jetzt immer in den Runden entmuten und werde versuchen, die Leute zu erschrecken, Leute. Ja, ich werde es einfach mal probieren und werde mal gucken. Aber zuerst mal müssen wir ein Spiel finden. Ja, zuerst mal müssen wir... Ah, hier ist ein Game. Alright. Okay, gut. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob andere mich gemutet haben, ne? Kann auch sein. Aber ich werde es trotzdem versuchen, Leute. Ich werde alle erschrecken. Irgendwie. Oh doch, ich höre einen. Der hat das an. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache, ne? Eigentlich hätte ich mir noch irgendwie ein anderes Kostüm holen müssen. Das mache ich vielleicht noch, Leute. Oh, nee, ne? Oh, nein. Sag mir nicht, dass einer rausgegangen ist jetzt. Och, come on. Echt jetzt? Oh, nö. Was hat der für Modifier an? Och, nö. Das ist ja es. Hallo? 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 Mama? 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 Hallo? Alright, Leute. So, wir sind jetzt... Ich weiß nicht. Es ist... Ja, es ist sehr... Es ist sehr komisch. Ich muss mal jetzt hier irgendwo rein. Lass uns mal... Lass uns mal irgendwo reingehen, okay? Oh, my head. My head's gone, bro. Warum reden die hier alle nur? Leute, ihr sollt... Ihr sollt spielen. Oh, ja, hier. Hier, nice, Mainz Elevator. Jetzt, Leute. Jetzt, Leute. Jetzt geht's richtig rund. Jetzt... Jetzt pass auf, Leute. Jetzt wird's hier richtig knackig. Let's go! Leute, das wird jetzt mega lustig. Ich werd dich sowas von erschrecken. Ich werd dich sowas von erschrecken, Leute. Ich sag euch, wie es ist, ne? Ich muss nur ein bisschen gucken, weil ich muss immer kurz stehen bleiben, wenn ich das anmache. Dann muss ich immer kurz leise sein, wenn ich mich irgendwo verstecke. Das wird richtig bodenlos, Leute. Wir machen das jetzt hier so richtig raus, als ist wieder jeder rausgegangen. Dann, Leute. Dann werd ich richtig wild, ne? Dann werd ich richtig, richtig wild. Hallo? Hallo? Hi? Hallo? Can you hear me? Irgendwie scheint's noch nicht zu funktionieren. Keine Ahnung, warum. Hallo? Hä? Geht das im Server nicht? Geht das nicht im Server? Hä? Wieso ist das jetzt wieder gemutet? Das versteh ich nicht. Das kapier ich nicht. Ja, das ist so... Das ist ja so komisch. Wieso geht das nicht? Das versteh ich nicht. Jo. Jetzt ist das wieder... Jetzt hab ich oben links wieder dieses komische Symbol. Ich weiß auch nicht, man... Also, ich... Ich dachte, man kann auch in-game den Sprachchat aktivieren. Hallo? Ich will Spieler erschrecken. Das gibt's doch gar nicht. Warum geht das immer aus? Ich hab extra gefragt, warum... Warum der Voice-Chat nicht funktioniert. Mir antwortet... Ähm... Keiner. Easy. Was ist easy? Was ist easy? Hallo, warum geht der Voice-Chat nicht? Warum nicht? Mann! Da funktioniert's jetzt wieder. Aber nicht, wenn wir in-game gehen. Das versteh ich nicht. Das kapier ich nicht. Was geht ab? Alright, das ist... Ich will... Ich will einfach nur irgendwo rein, Jo. Können wir mal irgendwo reingehen, bitte? Bitte. Können wir irgendwo reingehen? Einfach nur... Die wollen nicht mit mir spielen, ja. Ich seh schon, die... Die haben keine Lust. Ich bin drin. Fällt ihnen nicht auf, oder? Ah, nice. Oh, Mann, ey. Die werden wahrscheinlich wieder rausgehen, Jo. Oh, Gott. Das ist gar nicht so einfach. Ich dachte... Ich dachte, man kann da einfach reingehen und... Und kann... Oh, nein. Jetzt sind wir nur zu zweit. Das gibt's... Jetzt ist hier oben wieder dieses komische Symbol. Warum geht das ingame nicht? Guck mal, warum ist da immer stumm angeschaltet? Ich werde wahnsinnig, Mann. Ich werde so irre. Wieso geht das nicht? Ich bin gespannt, ob das jetzt hier funktioniert. Das kriege ich nämlich einen Affen gleich. Alright, alright. Wir gucken mal. Kann ich es wieder aktivieren? Okay, das ist gut. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber jo, wir nehmen das. Okay. Alles klar. Wir nehmen das mal so hin hier. Okay. Ich will wenigstens einen hier erschrecken. Das gibt's ja gar nicht. Das kann ja gar nicht sein. Das ist ja wirklich ein Ding der Unmöglichkeit hier. Hallo, Leute. Willkommen. Okay, ich glaube, er hat mich gar nicht gehört. Hey, ich hab mir das viel lustiger vorgestellt. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben hier nicht mal Candy. Hallo? Can you hear me? My little friend? Yo, Bro. Yo, Bro. What are you doing? Er hat mich gemutet, ne? Es ist, ähm... Das macht gar keinen Sinn! Jetzt muss es aber gehen. Jetzt werd ich sauer. Jetzt werd ich so, so, so sauer. Hello? Warum ist es jetzt wieder deaktiviert? Junge, ich werd sauer. Junge, ich werd so sauer. Ich werd so richtig sauer, werd ich. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist jetzt hier wieder deaktiviert? Hä? Das sind hier Fliegen, Bro. Yo, what the hell? Wieso ist das jetzt wieder deaktiviert? Ich kann das alles nicht mehr. Hello? Hello? Mein Name ist Rodox. Und ich komme aus West Virginia. Mann, ich will jetzt hier was spielen und Leute erschrecken. Das gibt's nicht. Geh jetzt hier rein. Zieh rein. Yo, Bro. Hey, Bro. Ich will einfach nur einmal. Das kann nicht sein. Das gibt es nicht. Warum ist da wieder dieses Ausrufezeichen? Ich krieg die Krise. Wieso, Alter? Wieso? Ich kann das alles nicht mehr. Also, das muss doch jetzt funktionieren. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's ja nicht. Hello? Hello? Mann, jetzt ist das Symbol da oben wieder da. Warum geht das nicht? Da will man ein Video aufnehmen und dann funktioniert das nicht. Das gibt's nicht. Oh nein, er hat sich gemutet. Also, ich weiß nicht, was los ist, Mann. Aber das funktioniert einfach hier mit meinem Mikrofon nicht. Das ist wirklich zum absoluten Mäusemelken. Ich werde richtig irrewertig. Das gibt's nicht. 6,5 Stunden später. Can you hear me? Hello? 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 Es funktioniert nicht, Mann. Das gibt's doch nicht. Aber es macht... Oh Gott, die hat eine ganz schlechte Verbindung, ne? Oh, das wird nix, Leute. Das wird nix. Das wird schon wieder nix. Das ist so eine Psychose, dieses Video. So, Leute, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt suche ich mir hier meine Opfer aus. So ein Ding ist das. Das gibt es nicht. Jetzt geht das schon wieder nicht, Leute. Ich gebe es auf. Ey, ich gebe es wirklich auf. Das kann doch nicht wahr sein. Why? Why? Hello? Könnte auch sein, dass mich natürlich irgendjemand gemeldet hat. Das kann natürlich auch sein. Das kann schon auch sein. So, wenn's jetzt wieder nicht geht... Leute, wenn's jetzt wieder nicht geht... Oh ja, jetzt. Okay, das funktioniert. Okay, nice. Keine Ahnung. Okay, gut. Okay. Alright, 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 alright. Alright. Ich nehm mir auch ne Flashlight mit, ja? Ich nehm mir auch ne Flashlight mit. Oder vielleicht musst du da mal am Aufzug drücken, ne? Das wäre vielleicht mal gar nicht schlecht. Das wäre vielleicht mal gar nicht schlecht. Du musst nur am Aufzug drücken, ja? Okay? Okay? Okay, gut. Wir sind im Hotel. Ich kann den Rift natürlich wieder nicht aktivieren. Aber jo. Alright, gut. Ja! Okay, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Oh, my head. My head's gone, bruh. Yo, bro. Yo, bro, what is happening? Yo, Lama. What? Ruh-ski. Ah! Okay. Oh, this is it. Oh, come on. This is it. What? And you... Yo, bro, are you zinging? Hey. And you... Yo, are you zinging, bro? And you... What? 10... And you... Oh, what? And you... And you... And you... And you... Wo ist der Hebel? Ist der hier hinten? Warte. Nein, hier ist er nicht. Mann, wo ist der Hebel? Hey, ich brauch dich hier. Ah! Ist das dumm, ey. Ist das dumm, ey. Ich glaub, die erschrecken gar nicht. Das stimmt doch. Was redet er denn eigentlich die ganze Zeit? Macht das jetzt auch. Oh, nein, mein Mann. Die Sturm. Ah, mein Mann. Du bist dumm. Ah, das ist die Olding. Olding, die Sturm. Ah, das ist die Sturm. Oh, das ist die Sturm. Tins, Tui. Tins, Tui. Tins, Tui. Oh, das ist mein, dude. Tins, Tui. Tins, Tui. Tins, Tui. Tins, Tui, der Wind, auch. Hallo, guys. Welcome to my Minecraft-latch-plan. Today we are going to be mining for- A winch high. Oh, my God. Yes. 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 Good. Very good. Very, very good, my friend. Very good. You can do it, my friend. You can do it. Hey, bro. Pst, pst. Hey, hey. Hey. Hey, bro. Hey, pst. Hey. Hey. Pst. You're moving. It's clean. ist er tot ist der tod hallo ich weiß nicht das ist so eine psychose alter dass wir erschrecken funktioniert irgendwie nicht ich weiß auch nicht ich sehe nichts mehr nein ist er weg nein okay no way I is gone no way is gone bro bro what are you doing no Ich kann das alles nicht mehr, Leute. Ich kann das alles nicht mehr. Abonnier Rotogs. Tschüss. Tschüss.